Die Reaktion dieser Menschen könnte wohl stärker nicht sein. Doch sie sehen nicht etwa den Tod eines realen Menschen, sondern das blutige Ende einer Reihe von TV-Serienfiguren aus Game of Thrones. Mehr sei hier aus Rücksicht auf Fans der Serie nicht verraten. Doch die Reaktionen sprechen Bände. Für die neunte Folge der dritten Staffel haben die Macher der Serie einen Schock für die Zuschauer geplant und das US-Publikum gebeten, sich beim Ansehen der Folge zu filmen. Daraus wurde nun ein Zusammenschnitt erstellt, der es in sich hat. Von Nervenzusammenbrüchen, Entsetzen bis hin zu echter Verzweiflung reichen die Reaktionen der Zuschauer. Auf YouTube war der Clip mehrere Tage auf Platz 1 der Charts. Fast 8 Millionen User sahen das Video in nur 4 Tagen. Fernsehserien leben von der Hingabe ihrer Fans. Dass die Reaktionen dieser Fans derart heftig ausfallen, überrascht trotzdem und begeistert die YouTube-Nutzer. Diese Reaktionen sind unbezahlbar, schreibt einer. Ein anderer sagt, dass bei ihm das Interesse an der Serie erst geweckt worden sei. Und damit ist das Konzept der Produzenten wohl aufgegangen. Die Serie Game of Thrones dürfte auch weiterhin Millionen Fans in ihren Band ziehen. Die Serie Game of Thrones